Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 65.800 US-Dollar. Wir haben einen ordentlichen Pump gestern noch gesehen. Wir haben leider immer noch nicht unsere Long-Position hier unten abgeholt bekommen. Nachdem die um 200, 300 Dollar nicht getriggert wurde, ging es dann jetzt gestern deutlich nach oben. Trotz der Zahlen, die jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich überragend waren, haben wir einen enormen Pump gesehen. Wir haben die Ineffizienz nach oben hin ins erste Mal geschlossen. Das war diese blaue Linie, die wir uns mal eingezeichnet haben. Haben sie sogar noch mal ein bisschen überschossen. Und seitdem konsolidieren wir in diesem Bereich da oben. Wie es jetzt möglicherweise weitergeht, ob wir uns noch mal neu Long positionieren können, das werden wir uns im heutigen Update-Video anschauen. Was die bullische Prognose ist, aber was ich mittelfristig auch noch denke, werden wir auch noch mal besprechen. Außerdem natürlich Ethereum und auch noch ein bisschen die Stockmärkte. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates. News habt und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. Und wenn ihr mich noch zusätzlich unterstützen wollt und auch noch eine Börse sucht zum Traden mit ordentlich Boni, wenn ihr hier zum Beispiel KYC macht oder 100 Dollar in USD-Tether einzahlt, dann meldet euch gerne bei meinem Partner BingX an. Dort findet ihr auch den Link unten in der Kommentarspalte bzw. in der Infobox. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 65.800 US-Dollar. Nochmal zurück, was ist gestern passiert. Nachdem wir nicht unseren Hit ins Golden Pocket bekommen haben, erneut, vielleicht werde ich da jetzt auch mal ein bisschen die Strategie ein bisschen umändern, weil es mich irgendwie ein bisschen triggert. Zuletzt, dass es immer ziemlich knapp nicht abgeholt wurde, haben wir dann gestern enormen Pump nach oben hinbekommen. Zu oder als die Inflationsdaten bekannt wurden, ging es dann Maximum von 9% nach oben. Apropos Inflationsdaten, die schauen wir uns mal an, warum ich da ein bisschen überrascht war, warum es überhaupt so stark nach oben hin ging, weil die VPI-Daten gar nicht so spektakulär niedrig ausgefallen sind. Also Prognose lag bei 3,4% zum Vorjahr. Die Marke haben wir auch wiederum erreicht, 3,4%. Also es ist vorherig um 0,1% gesunken. Wow, 0,1%. Wenn man dann Kaffee auch noch raustut und dann scheint ein bisschen was an diesem Warenkorb ändert, dann wird es extrem gefeiert, in Anführungszeichen. Aber gut, sei jetzt einfach mal so dahingestellt. Ansonsten alles wie prognostiziert, also jetzt nichts Überragendes, Weltbewegendes, wo man sagen kann, oh ja, Inflationsgespenst ist jetzt besiegt, FED senkt jetzt die Zinsen und gib ihm. Danach sieht es überhaupt nicht aus. Ich bin auch mal gespannt, wie heute dann, wenn die Erstanträge, Folgeanträge, Exportpreise, alles Mögliche, heute kommen ja nochmal um 14.30 Uhr, sehr, sehr viele Daten auf uns zu, wenn die dann veröffentlicht werden, ob wir da relativ den gleichen Move sehen. Auf jeden Fall, machen wir jetzt uns mal hier das Golden Pocket weg. Wir haben einen sehr, sehr starken Pump hier gestern bekommen auf einem 1-Stunden-Timefilm. Wenn wir uns das mal angucken, sehen wir auch nochmal, hier kamen die Inflationsdaten und dann ging es ordentlich nach oben. Volumentechnisch muss ich aber ehrlicherweise sagen, bin ich immer noch etwas, ja, ein bisschen zwiegespalten. Volumen ist nicht wirklich viel im Markt. Sommerloch bin ich immer noch nicht der Meinung, dass es jetzt schon Zeit dafür ist. Das sollte meiner Meinung nach noch ein bisschen dauern, aber ist jetzt auch, oder tut jetzt nichts dahin. Wir ziehen uns mal hier ganz kurz das FIP-Level und schauen mal ganz kurz, wo jetzt das derzeitige Golden Pocket liegt von eben dieser Bewegung von gestern. Da sehen wir schon, der Bereich um 63.000 US-Dollar würde auch sehr, sehr gut passen. Parallelen zu diesem Pump sind hier eindeutig da. Wenn wir uns das mal angucken, wir haben hier eine sehr, sehr starke grüne Candle, die nach oben geht. Die hatten wir hier auch. Damals wurde das Golden Pocket verfehlt. Also sollte ich hier eine Long-Position planen, dann wahrscheinlich schon ein bisschen eher, also so bei 63.400 US-Dollar und nicht auf 63.200 US-Dollar planen. Aber es würde sich sehr, sehr gut anbieten, hier nochmal ganz kurz runter zu gehen, um dann gegebenenfalls den Pump nach oben hin bullisch fortzusetzen. Was wären dann die Ziele? Die Ziele haben wir auch schon besprochen. Schon im gestrigen oder vorgestrigen Video würde ich weiterhin so in Richtung knapp 70.000 US-Dollar bis 71.000 US-Dollar mitgehen. Sollten wir hier diesen positiven Impuls nach unten hinkriegen, dann könnten wir uns wieder hier an das Ende dieser Range nach oben hin erst einmal heranwagen. Und was wir ja auch gesagt haben, erinnert mich alles ein bisschen so an das Wyckoff, ich glaube Distribution Pattern, dass wir unten dann die Spring-Phase haben und dann nach oben. Also momentan sieht es danach aus, dass es sich demnach ausspielen könnte. Preisziel davon wäre dann bei ungefähr 80k, aber das ist alles noch ein bisschen in weiter Ferne. Darüber brauchen wir uns jetzt vorerst erst einmal keine Gedanken machen. Für den heutigen Tag, wie gesagt, wäre es sinnvoll, wenn wir hier runtergehen nochmal Richtung 63.000 US-Dollar, diesen Pump füllen und von hier aus dann einen bullischen Pump in Richtung zwischen 70.000 und 71.000 US-Dollar bekommen. Schauen wir uns das ganze Ding nochmal übergeordnet an. Das heißt, wir machen hier dieses kleine FIP-Level nochmal raus. Ziehen uns das große von unserem letzten wichtigen Pump bei 72.500 US-Dollar bis runter. Da sehen wir auch, wir wurden jetzt gestern hier am Golden Pocket bei knapp 66.600 US-Dollar erst einmal zurückgewiesen. Spricht auch dafür, dass wir nochmal im Laufe des heutigen Tages nochmal einen kleinen, in Anführungszeichen, Dump kriegen, bevor wir dann hier möglicherweise diesen bullischen Verlauf nach oben hin weiter fortsetzen. Sollten wir aber hier diesen Bereich um 63.000 US-Dollar mit einer 4-Stunden-Kendel nach unten hin durchbrechen, bleibe ich dabei, alles möglicherweise nur Fake News mit möglicherweise dann auch später beschissenen News, dass wir weiterhin Richtung 51.000 US-Dollar gehen. Für mich ist es immer noch das Ziel-Level, was ich glaube, dass wir über den Sommer immer noch erreichen werden. Ich werde vorher keine größeren Bitcoin-Spot-Positionen mehr kaufen. Für mich spricht immer noch einiges dafür, dass wir hier nochmal Richtung 50.000 US-Dollar runtergehen. Ansonsten hat sich übergeordnet nichts geändert. Wir befinden uns weiterhin in dieser Range, in der wir uns seit Anfang März jetzt eigentlich befinden, zwischen 60.000 und 70.000 US-Dollar. Darin ändert auch dieser kleine Pump von gestern erst einmal nichts. Und die News-Lage, wie gesagt, auch unverändert eigentlich nicht wirklich positiv. Gehen wir mal rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Hier muss man ehrlicherweise sagen, der Pump nicht so groß ausgefallen. Wir haben weiterhin nicht unsere Long-Position hier unten bei 2.800 US-Dollar abholen können. Das heißt, dieser Wig hier unten ist weiterhin drin. Vom Plan her geht es momentan einigermaßen ganz gut auf. Trotzdem triggert es mich, dass zwei BTC-Long-Positionen nicht abgeholt wurden. Nervt mich einfach, weil dies eigentlich perfekte Einstiege gewesen wären. Trotzdem, bei Ethereum sind wir jetzt hier erstmal so im kleinen Widerstandsbereich von unserer Supply-Zone. Wurden wir zurückgewiesen. Auch hier möglicherweise im Laufe des Tages, dass wir hier nochmal so einen kleinen Rücksetzer reinkriegen in Richtung 2.916. Würde ich aber nicht nutzen als Long-Position. Für mich weiterhin eher die Marke von 2.800 US-Dollar, bevor ich hier in eine Long-Position einsteigen würde. Ansonsten alles relativ unverändert bis hier jetzt erst einmal. Gehen wir mal rüber zum, wo machen wir weiter? Machen wir mit Gold weiter. Hier haben wir auch nicht unsere Long-Position abgeholt bekommen. Hey, warum auch sonst so wie die letzten Tage? Warum soll es da ein bisschen besser laufen? Plan war ja ehrlich gesagt auch, dass wir hier nochmal runtergehen Richtung 2.820 US-Dollar. Sind wir nicht mehr. Wir haben den bullischen Weg sofort nach oben hin eingeschlagen und befinden uns jetzt hier kurz vor dem R1. Pivot. Schauen wir mal, wie da die Reaktion ist. Für mich kein Short. Für alle, die Short waren, habe ich ja gesagt, Stop-Loss auf Entry. Das heißt hier, Acer Take Profit wurde getriggert. Ansonsten hat sich hier überhaupt nichts getan. Ich werde jetzt auch hier erstmal noch ein bisschen abwarten mit der nächsten Short-Position. Plan oder Best Case wäre eigentlich hier oben die Marke von 2.430 US-Dollar. Also das mit dem Wig hier oben nochmal holen und von hier aus dann möglicherweise einen größeren Dump nach unten hin dann sehen. Vorher für mich keine Short-Position in Planung. Gehen wir rüber zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Hier war ja der Short geplant. Der ist auch weiterhin noch in Planung. Nur habe ich mich gestern jetzt ein bisschen mal zurückgehalten. Hat den Aspekt gehabt, wenn wir uns mal noch dazu den DXY angucken, der deutlich nach unten hin abgefallen ist. Wir haben jetzt hier die Ineffizienz nach unten hin gefüllt. Wir sind jetzt hier nämlich auch direkt, ich mache mal das Übergeordnete hier weg, sind wir nämlich jetzt auch hier in dieser Demandzone drin, wie ihr seht. Das war ja unser übergeordneter Plan bisher gewesen. Da halten wir uns auch derzeit auf. Und das ist auch der Grund, warum ich gestern noch gewartet habe mit der Euro-Short-Position. Die wird aber wahrscheinlich dann heute im Laufe des Tages folgen, weil wir auch beim Euro jetzt hier die Ineffizienz erst einmal nach oben hin gefüllt haben. Wir sind hier in dieser Supply-Zone, also in der Widerstandszone hier oben angekommen. Also es könnte heute dann jetzt soweit sein, dass wir hier endlich mal diese Short-Position reingehen. Ansonsten gibt es hier auch wenig Spektakuläres zu berichten. Wie gesagt, die XY sollte sich dann im Laufe des heutigen Tages dann hier zumindest mal ein bisschen festigen, bevor wir dann hier zumindest eine kurzfristige Erholung dann erst einmal sehen oder eine mittel- bis langfristige Erholung dann erst einmal hier sehen. Ja, ansonsten S&P 500 ist beim Pivot einfach komplett nach oben hin durchgeballert. Wir haben hier ein neues Hoch reingekommen, das mit doppeltem Boden können wir jetzt erst einmal abschminken. Das heißt, auch hier werde ich Seitenlinie bleiben und erst einmal nichts machen. Ich halte mich hier von den Stockmärkten jetzt erst einmal komplett fern. Das soll es jetzt auch dann heute schon gewesen sein. Nur mal ganz kurz und knapp, was so passiert ist bzw. wo wir Einstiege sehen könnten. Ihr seht für mich momentan eigentlich nur Euro gegenüber dem US-Dollar. Interessant, Bitcoin würde ich dann nur eher den Long nehmen anstatt den Short. Dort. Ansonsten, wie gesagt, war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, wir hören uns dann wahrscheinlich morgen früh nochmal zu einem kleinen Update wieder. Und ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.